Und spüren. Ja, und an dieser Stelle hört der erste Hauptteil auf. Und nun beginnt der zweite Hauptteil. Rachen schwimmen in zwei Richtungen. Und andersrum. Gut, und drücken in die Handfläche. Gut, und einmal den Ball drücken. Und vergrößern. Und über den Handrücken kommen. Und scannen. Und ringen. Gut. Gut, so, jetzt wollen wir zur Gegenseite. Und wir gehen aufeinander zu. Und Rachen schwimmen. Und wechsel. Gut, und drücken. Gut, Ball halten. Ball verkleinern. Ball verkleinern. Ball vergrößern. Über den Handrücken kommen. Ball verkleinern. 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 Beide Hände über die Schultern. Beide Hände über die Schultern. Reckern. Gut, über den Kopf und das Scannen hinten. Umschwingen, runterscannen, bis vor die Nieren, um den Gürtel kommen, bis an die Seiten, seitlich runterscannen. Innen hochscannen, bis vor dem Brustbereich warten. Bis dann. Bis dann. Bis dann.